Fitness mit Marc Folge 471 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Sein liebster alkoholischer Drink ist alkoholfreier Gym. Marc Maslow! Welche Ernährung ist gesünder? Vegane Ernährung oder omnivore Mischkost, bei der alles gegessen wird? Dieser Frage hat sich eine Doku, die neuerdings auf Netflix veröffentlicht wurde, gewidmet. Und in dieser Folge schauen wir mal rein, was können wir daraus wirklich an Aussagen für uns mitnehmen. Werbepartner dieser Folge ist Koro. Bei Lebensmitteln achte ich auf drei Dinge. Punkt Nummer 1 ganz vorne, gute Qualität. Punkt Nummer 2, Einfachheit beim Einkaufen. Und Nummer 3, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Koro bietet alles 3. Du bekommst dort online ein gutes Sortiment von Lebensmitteln, die du dir ganz einfach nach Hause bestellen kannst. Und das Ganze auch zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, gerade wenn du, so wie ich, gerne größere Mengen bestellst. Ich bin da eher so wie bei L'Oreal, Papa und Deportas, derjenige, der immer gleich ganz viel bestellt, damit ich dann nicht so häufig nachbestellen muss. Eins meiner Lieblingsprodukte bei Koro sind die Ingwer-Shots. Im Gegensatz zu anderen Produkten ist hier kein Zucker drin, sondern einfach nur Ingwer pur. Am besten schmecken die Shots, finde ich, wenn du sie mit Mineralwasser verdünnst und noch etwas für den Geschmack dazugibst. Zum Beispiel den großartigen Bio-Centure-Tee aus Japan. Auch den gibt es bei Koro. Klick dich durch das Sortiment durch bei korodrogerie.de und mit dem Code FMM wie Fitness mit Mark bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. Die Adresse ist korodrogerie.de Vor einigen Tagen sprach mich ein Klient auf diese neue Netflix-Doku an. Die hat den Titel Du bist, was du isst. Ein Zwillingsexperiment. Dabei handelt es sich um einen ziemlich interessant packend erzählten Bericht über ein wissenschaftliches Experiment mit ein eigenem Zwilling. Ja, und das Ziel dieser Studie war es, die folgende Frage zu beantworten. Vegane Ernährung versus Omnivora Mischkost, welche dieser Ernährungsform ist gesünder? Ja, und wer die Netflix-Doku verfolgt, der wird nicht nur gut unterhalten, auch scheint die vegane Ernährung unter dem Strich gesünder zu sein. Interessant wird es ja, wenn wir uns die Originalstudie mal anschauen. Was lässt sich aus dieser Studie, also aus der wissenschaftlichen Veröffentlichung, wirklich ableiten? Und wie ordnen wir diese Studie in die Gesamtheit der wissenschaftlichen Evidenz ein? Nein. Die Analyse dazu ist vor einiger Zeit bei mir im Newsletter erschienen unter der Rubrik Studie des Monats. Das ist eine Veröffentlichung, die ich einmal im Monat mache, zusammen mit dem Wissenschaftsportal Examen. Heißt konkret, die wissenschaftlichen Analysen und die Grundlagenarbeit führt hier die Redaktion von Examen durch und wir publizieren gemeinsam einmal im Monat hier diese Einordnung. Da ich schon häufiger nach dieser Netflix-Doku gefragt wurde, dachte ich mir, das wäre vielleicht auch für dich hier im Podcast ein interessantes Thema. Egal, ob du die Doku jetzt gesehen hast oder auch nicht. Es ist kein Muss. Ich verlinke sie dir nochmal in den Shownotes. Und am interessantesten ist es natürlich, wenn wir uns die Originalstudie mal anschauen. Interessant ist ja erstmal die Frage, was wurde da eigentlich untersucht? Nun, die Forscher wollten rausfinden, wie eine gesunde, vegane Ernährung im Vergleich zu einer gesunden, omnivoren Ernährung hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Gesundheit abschneidet und dazu haben sie sich eineige Zwillinge rausgepickt. Das Hauptaugenmerk der Studie lag dabei auf dem sogenannten LDL-Cholesterin. Das ist der Cholesterinwert, der gerne ein bisschen niedriger sein darf. Ein hoher LDL-Cholesterinwert wird eben häufig mit Herz-Kreislauf-Erkrankung in Verbindung gebracht. Ja, und zu den Sekundärergebnissen zählen solche Werte wie das Körpergewicht, die Blutfette, das HDL-Cholesterin, Blutzucker, Insulin, TMAO und Vitamin B12 im Serum. Ja, durchgeführt wurde diese Studie mit insgesamt 22 eineigen Zwillingspaaren, also insgesamt 44 Teilnehmende. Durchschnittsalter lag bei 40 Jahren und es waren 34 Frauen und 10 Männer. Was haben die Forscher gemacht? Nun, die Studie lief über acht Wochen. War eine randomisierte Studie, bei denen die Probanden einer gesunden veganen Ernährung oder einer gesunden omnivoren Ernährung zugeteilt wurde. Und zwar logischerweise so, dass jeweils ein Zwilling einer der beiden Ernährungsinterventionen zugewiesen wurde. Das heißt, ein Zwilling hat sich vegan ernährt und das Geschwisterpaar hat sich dann omnivor ernährt. Die Studie wurde in zwei Phasen aufgeteilt, jeweils vier Wochen. Phase 1 war sozusagen die bequeme Phase, da haben die Probanden ihre Mahlzeiten nach Hause geliefert bekommen. Und in der zweiten Phase durften sie dann selbst tätig werden und haben ihre Mahlzeiten selbst eingekauft und zubereitet. Beide Ernährungsweisen gelten ja als gesund. Ja, was heißt jetzt gesund eigentlich? Gesunde vegane Ernährung, gesunde omnivore Ernährung. Nun, gesund heißt hier in dem Fall, dass Gemüse, Obst und Vollkorngetreide gefördert wird und auf der anderen Seite Zuckerzusätze und raffinierte Getreidesorten im Konsum eingeschränkt werden. Das heißt mit anderen Worten, beide Ernährungsformen sind ähnlich. Den Unterschied macht der Verzicht auf tierische Lebensmittel, also Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte in der veganen Ernährungsgruppe. Die spannende Frage ist ja jetzt, was kam denn dabei heraus? Nun, Primärergebnis war ja der LDL-Cholestrinwert und der sank, also verbesserte sich in der veganen Ernährungsgruppe gegenüber der Allesesser-Gruppe. Und zwar um signifikante 13,9 Milligramm pro Deziliter. Also es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Dann gab es ja auch Nebenergebnisse. Da wies die vegane Gruppe einen niedrigeren Insulinspiegel auf und ein geringeres Körpergewicht. Die haben also mehr abgenommen als die omnivore Ernährungsgruppe. Haben sogar im Durchschnitt fast zwei Kilo mehr abgenommen. Auch die HDL-Cholestrinwerte und Vitamin B12 sanken in der veganen Gruppe gegenüber der omnivoren Gruppe ab. Aber diese Unterschiede, die waren statistisch nicht signifikant. Das heißt, können wir erstmal keine Aussage draus für uns mitnehmen. Es gab ja noch im Wert der TMAO-Wert, der viel bei der Gruppe mit der veganen Ernährung auch niedriger aus als bei der omnivoren Gruppe. Da komme ich gleich nochmal zu. Die Frage ist jetzt am Ende, sieht das ja alles ganz gut aus. Was können wir daraus wirklich rückschließen? Können wir sagen, eine rein pflanzliche Ernährung ist gesünder für das Herz als eine omnivore Mischkost? Nun, die Ernährungswissenschaft, die geht dieser Frage seit Jahrzehnten nach und trotz intensiver Forschungsarbeiten, gibt es immer noch keine einfache Antwort. Woran liegt das? Nun, ein Problem ist das Problem der gesundheitsbewussten Probanden. Was heißt das? Beobachtungsstudien und solche klinischen Studien deuten darauf hin, dass eine vegane und eine vegetarische Ernährung, also eine pflanzliche Ernährung mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht. Auf der einen Seite mit auch niedrigerem Körpergewicht, mit einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit und mit einem geringeren Krebsrisiko. Dann ist es so, dass die American Heart Association pflanzliche Ernährungsweisen, dazu gehören auch Lacto-Ovo, Vegetarier, Pesketarier, also Menschen, die auch Fisch essen, die auch Eier essen und Milchprodukte und eben auch die Veganer als besonders gesund einstuft. Ebenfalls besonders gut schneiden hier die sogenannte Dash-Diät, eine spezielle Ernährungsweise und die Mittelmeer-Diät, von der hast du bestimmt schon mal gehört, das, was am Mittelmeer gegessen wird, schneidet auch besonders gut ab hier. Einer der Hauptautoren der aktuellen Studie, also dieser Netflix- in Anführungszeichen-Studie, gehört auch zu den Autoren der offiziellen Empfehlungen dieser American Heart Association. Die Frage ist, was können wir daraus schließen? Solche Beobachtungsstudien, wo wir uns Bevölkerungsgruppen angucken, die sich pflanzlich ernähren, lassen nur bedingt auf Ursachen schließen. Mit anderen Worten, Menschen, die sich pflanzlich ernähren, sind möglicherweise gesünder als Fleischesser. Die Frage ist, liegt es wirklich am Fleisch? Kann sein, dass es am Fleisch liegt. Es kann aber auch sein, dass andere Einflussgrößen eine Rolle spielen, die bisher gar nicht oder nicht ausreichend betrachtet wurden. Es kann ja sein, dass sich vor allem diejenigen Menschen für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, die beim Essen ohnehin auf ihre Gesundheit achten. Egal, ob das jetzt ökologische Gründe sind oder persönliche Gründe. Vielleicht leben diese Menschen auch ansonsten eher gesundheitsbewusst, rauchen weniger, trinken weniger Alkohol und treiben mehr Sport. Es gibt tatsächlich eine Bevölkerungsstudie, die zu dem Ergebnis kommt, dass Vegetarier mehr für ihre Gesundheit tun als Nicht-Vegetarier. Diese Menschen, die sich vegetarisch ernähren, sind generell körperlich aktiver und sie verwenden auch häufiger Nahrungsergänzungsmittel, um Defizite in ihrer Ernährung auszugleichen. Auf der anderen Seite verzehrt die überwiegende Mehrheit der Menschen bei uns Fleisch in irgendeiner Form und Studien berücksichtigen üblicherweise nicht, welche Art von Fleisch gegessen wird, was neben dem Fleisch sonst noch so konsumiert wird und wie gesund die Fleischesser ansonsten leben. Das heißt am Ende, dass die wenigsten Beobachtungsstudien Vergleiche mit Ernährungsformen bei ähnlich gesundheitsbewussten Menschen durchführen. Und deswegen werden häufig sozusagen Äpfel mit Birnen verglichen, weil es eben wenig aussagt, wenn ich gesundheitsbewusste Menschen mit einer Ernährungsform, mit Menschen, denen die Gesundheit eben nicht so wichtig ist, einer anderen Ernährungsform miteinander vergleiche. Und genau da sind randomisiert kontrollierte Studien ideal, um Ernährungsweisen zu untersuchen. Du nimmst also Probanden, teilst sie in zwei Gruppen und diese Gruppen bekommen für eine bestimmte Zeit zwei verschiedene Speisepläne und man schaut, was passiert. Am Ende wissen die Forscher, welche Kost am gesündesten ist oder eben am besten zum gewünschten Ergebnis zuträgt. Hoffentlich jedenfalls. Denn auch diese randomisiert kontrollierten Studien haben ihre Grenzen. Jetzt wurde die vorliegende Studie ja mit Zwillingen durchgeführt und das hat einige Vorteile. Es gibt neuere Forschungsarbeiten, die darauf hindeuten, dass wenn wir die Frage beantworten wollen, welche Ernährung die gesündeste ist, es auch darauf ankommt, welches Erbgut wir mitbringen. Es scheint ein Zusammenspiel von Nährstoffen auf der einen Seite und unserem Erbgut zu geben. Das heißt anders formuliert, wie eine bestimmte Ernährung auf dich individuell wirkt, hängt nicht nur von dem ab, was du isst, sondern es hängt auch davon ab, wie diese Nährstoffe mit deinem Erbgut interagieren. Das ist eine recht neue Forschungsrichtung, die Nutrigenomik genannt wird. Ja, wie kann ich jetzt bei einer wissenschaftlichen Studie genetische Einflussgrößen kontrollieren, sodass die mir nicht noch rein funken in meine Ergebnisse? Idealerweise bräuchten wir ja für jeden Probanden einen Klon von diesem Probanden, der exakt das gleiche Erbgut mitbringt. Ja, zum Glück gibt es nichts, was einem menschlichen Klon näher kommt als eineige Zwillinge. Eineige Zwillinge teilen sich beinahe die gleiche DNA, sie haben das gleiche Geschlecht und in vielen Fällen leben sie unter ähnlichen Umständen. Und das macht sie zu idealen Probanden für eine wissenschaftliche Studie, bei der die Gene und die Umwelt kontrolliert werden können. Und dadurch können die Forscher dann die Auswirkungen ihres Experiments besser isolieren. Für die vorliegende Studie nutzten die Forscher das Stanford Twin Registry, um 17 weibliche und 5 männliche eineige Zwillingspaare zu finden und sie zu rekrutieren für diese Studie. 79% der Probanden gaben an, mit ihrem eineigen Zwilling zusammen zu leben und 69% haben gesagt, ihrem Zwilling ähnlich zu sein. Und das ist ja erstmal super für so eine Studie. Die Wahl eineiiger Zwillinge erhöht die Sicherheit der Ergebnisse, die man aus so einer Studie rauskriegt. Und so kannst du dann ausschließen, dass diese Ergebnisse auf genetische Eigenheiten zurückzuführen sind, die einige Teilnehmer vielleicht besser auf eine vegane oder eben besser auf eine omnivore Ernährung reagieren lassen. Und genau das macht diese Studie zu einer ersten ihrer Art. Und das ist cool. Jetzt lass uns nochmal auf die beiden Ernährungsformen kommen. Was charakterisiert auf der einen Seite die vegane, auf der anderen Seite die omnivore Ernährungsform? Und zwar bei der vorliegenden Studie. Hier gibt es nämlich einige Besonderheiten, die erwähnenswert sind. Zum Beispiel nahmen die Gruppe der Veganer weniger Eiweiß zu sich als die Gruppe der Allesesser. Das waren auf der veganen Seite 58 Gramm am Tag im Vergleich zu 91 Gramm am Tag bei den Allesessern. Das entspricht grob 14% der Tageskalorien auf der einen Seite bei den Veganern und 20% der Tageskalorien bei den Omnivoren. Der Rest kam logischerweise aus Kohlenhydraten und aus Fett. Bisschen mehr Kohlenhydrate, so 41 bis 51% der Kalorien und der Rest dann aus Fett bei beiden Ernährungsformen. In der veganen Ernährungsgruppe lag die Vitamin B12-Aufnahme unter der der Mischköstler. Aber dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant. Was zu erwarten war, ist, dass die vegane Gruppe deutlich weniger Cholesterin zu sich genommen hat als die Allesesser, also ein Vielfaches davon. Allerdings haben die Veganer mehr Eisen am Tag aufgenommen als die Omnivoren. Allerdings waren die Unterschiede zwischen den beiden Ernährungsformen weder statistisch noch klinisch bedeutsam. Woran lacht das? Nun, erstens waren alle Probanden zu Beginn der Studie kardio-metabolisch gesund. Das heißt, ihr Herz-Kreislauf-System war gesund. Alle Probanden hatten einen BMI, Body Mass Index von 26, einen gesunden Ruheblutdruck, einen gesunden nüchternen Blutzuckerwert und einen gesunden LDL-Cholesterin-Grenzwert. Keiner dieser Werte war erhöht und aus dem Grund gab es vermutlich auch weniger Spielraum für Verbesserung. Punkt Nummer zwei war, dass die Teilnehmer beider Gruppen die Qualität ihrer Ernährung durch die Studie verbessert haben. Sie haben alle mehr Gemüse gegessen, sie haben alle mehr Vollkornprodukte zu sich genommen und sie haben den Konsum von raffiniertem Getreide und Zucker ja im Vergleich zu ihrer Ernährung vor der Studie verbessert. Was interessant ist, und das haben die Forscher auch untersucht, ist, wie zufrieden waren die Probanden mit der Ernährungsform, in der sie zugeteilt wurden. Oder anders formuliert, mit welcher Ernährung kam sie besser klar. Und klar, natürlich ist es auf der einen Seite objektiv wichtig, wie eine Ernährungsform sich auf deine Gesundheit auswirkt. Aber es ist mindestens genauso wichtig, ob du dich damit langfristig wohlfühlst. Wenn wir uns die Ergebnisse der Studie anschauen, dann scheint die vegane Ernährung ja zumindest geringfügig besser auszufallen. Aber wie zufrieden waren die Versuchspersonen damit? Insgesamt lag die Zufriedenheit mit der veganen Ernährung bei drei von fünf möglichen Punkten unter derjenigen der omnivoren Ernährung. Die wurde hier mit 3,6 von fünf Punkten bewertet. Die vegane Gruppe hat vor allen Dingen das Auswärtsessen, die Planung und Zubereitung der Mahlzeiten und die Auseinandersetzung mit dem Essen als besonders schwierig bewertet. Da kamen dann jeweils so Werte von 2,6 bis 2,9 von fünf möglichen Punkten bei raus. Bei den omnivoren gab es auch drei schlechteste Noten, wenn du es so willst. Das sind einerseits die Kosten, die Planung und Zubereitung des Essens und die Auseinandersetzung mit dem Essen. Schnitten hier als schlecht ab, aber eben immer noch deutlich besser mit Werten von 3,1 bis 3,3 von fünf möglichen Punkten. Das heißt, die omnivore Ernährung wurde deutlich besser bewertet als die vegane Ernährung, was die Zufriedenheit damit angeht. Außerdem hat lediglich eine einzelne Person aus der veganen Gruppe am Ende der Studie gesagt, ich werde mich genauso weiter ernähren, während das bei der Mischkostgruppe sechs Personen gesagt haben. Also sechsmal so viele, wenn du es so willst. Es gibt noch eine wichtige Frage, die wir bei dieser Studie beachten sollten. Und zwar die Rolle der Kalorien, die diese Menschen, diese Probanden vorgesetzt bekamen. Es ist nämlich so, dass die Veganer weniger Kalorien zu essen bekamen als die Allesesser. Ich habe ja schon erwähnt, in der Phase 1 wurden alle Probanden beliefert mit Mahlzeiten. Und die Mahlzeiten, die die vegane Gruppe bekam, enthielt etwa 200 Kalorien weniger am Tag als die Essenslieferungen der Allesesser-Gruppe. Das macht im gesamten Unterschied von 11 Prozent weniger Kalorien aus, die die Veganer bekommen haben. Und wenn wir nochmal detaillierter reingehen und uns die Makronährstoffverteilung der beiden Ernährungsformen angucken, dann sehen wir, dass beide Diäten in etwa den gleichen Fettgehalt liefern, aber die Fettsäurenprofile der beiden Ernährungsformen unterscheiden sich deutlich voneinander. Zum Beispiel haben die Omnivoren wesentlich mehr gesättigte Fette verzehrt als die vegane. Das sind zwei wichtige Einflussgrößen. Auf der einen Seite die tägliche Kalorienzufuhr und auf der anderen Seite die Fettsäurenzusammensetzung. Beide Faktoren könnten erklären, warum die vegane Gruppe gegenüber der Allesesser-Gruppe mehr abgenommen hat. Ja, ganz klar, die haben weniger Kalorien gegessen. Und es erklärt auch, warum ihr LDL-Cholesterin stärker absank. Klar, die haben weniger gesättigte Fette gegessen. Die Mahlzeiten wurden ja während Phase 1 der Studie angeliefert. Und in Phase 2 haben die Probanden Vorgaben bekommen, welche Lebensmittel sie in welcher Menge verzehren sollen. Ich frage mich, warum haben die denn nicht die gleichen Kalorien zu essen bekommen und nicht die gleiche Fettsäurenzusammensetzung? Das hätte man problemlos kontrollieren können. Und dann wären die Ergebnisse der Studie vermutlich anders ausgefallen. Klar, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, beeinflusst das dein Körpergewicht. Tja, und dann dauerte die Studie acht Wochen an. Nur acht Wochen, wenn wir es so sehen wollen. Und deswegen konnten keine klinischen Ergebnisse wie Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Gesamtsterblichkeit erfasst werden. Am Ende wirft diese Studie mehr Fragen auf, als sie beantwortet. Zwar können wir daraus ableiten, dass eine Kalorienreduktion und eine Optimierung der Nährstoffzusammensetzung. Und zwar unabhängig davon, ob sie jetzt vegan oder omnivor stattfindet, bestimmte Herz-Kreislauf-Gesundheitsmarker verbessert und zu einer Gewichtsabnahme führt. Aber die Erkenntnis, die ist nicht neu. Das wussten wir vorher auch schon. Und das ist im Prinzip das, was wir aus dieser Studie ableiten können. Gibt es jetzt zum Ende noch etwas, was wir dazu wissen sollten? Nun, der Leiter der Studie, Dr. Christopher Gardner, der ist nicht ganz unabhängig. Der bekommt nämlich finanzielle Unterstützung durch das Unternehmen Beyond Meat. Das ist ein internationaler Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten. Die gibt es auch hier bei uns in Deutschland, hast du vielleicht auch schon mal gesehen. In der Studie wurden nicht explizit Produkte von Beyond Meat verköstigt, aber eine vegane Ernährung beinhaltet häufig pflanzliche Fleischalternativen. Und sie sind ja auch ein Weg, um die Proteinzukur zu erhöhen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei betrifft die Sekundärergebnisse, also Ergebnisse wie Insulinspiegel oder Körpergewicht. Die wurden nicht für Mehrfachvergleiche angepasst, also ein Punkt im Studiendesign, der hier fehlt. Und deswegen müssen wir diese Ergebnisse mit Vorsicht interpretieren. Ja, und das bringt mich zum Ende dieser Folge. Wir können also sagen, die vorliegende Studie kann die Frage, ob eine vegane oder omnivore Ernährung gesünder ist, gar nicht beantworten. Es ist einerseits großartig, dass endlich mal eine solche Forschungsarbeit mit eineigen Zwillingen durchgeführt wurde. Und diese Einflussgröße, genetische Veranlagung mit ziemlicher Sicherheit kontrolliert werden konnte. Und das ist super für so eine Studie. Andererseits wundere ich mich, dass nicht auch die wichtigen Einflussgrößen Kalorienzufuhr und Nährstoffzusammensetzung, beides Faktoren, die erheblich Einfluss auf die Studienergebnisse nehmen, kontrolliert wurden. Gerade das wäre doch sehr viel einfacher gewesen im Studiendesign, als die Zwillingspaare zu rekrutieren. Ich frage mich, warum das nicht gemacht wurde. Ja, ich hoffe, das war ganz interessant, diese Netflix-Doku mal einzuordnen, falls du sie gesehen hast oder falls du davon gehört hast. Großes Dankeschön hier nochmal an die Kollegen von Examen, die die Analysearbeit gemacht haben. Ich kann auch hier nur nochmal Werbung machen für Examen Plus. Da bin ich auch Mitglied und ich bekomme von Examen jeden Monat einen Überblick der neu erschienenen Studien aus der Ernährungswissenschaft über Nahrungsergänzungsmittel auch und die Einordnung dieser Studien. Das ist eine Arbeit, die ich selbst überhaupt nicht machen könnte, weil da unheimlich viel Stunden reinfließen und weil du auch tatsächlich ein ganzes Team von Wissenschaftlern brauchst, um Studien zu sichten und einzuordnen. Genau das macht Examen. Falls das für dich interessant ist, verlinke ich dir auch die nochmal in den Shownotes. So und damit melde ich mich ab für diese Woche. Nächste Woche habe ich wieder Verstärkungen an Bord. Hier eine ganz besondere Sportlerin und darauf kannst du dich freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder dabei bist. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcasts gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine weitere Empfehlung.